Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das werte ich mal als Ja Sie zwei sind die höchst dekorierten Officer in dieser Einheit. Was ist Ihre Meinung? Sieht aus wie ein Einbruch, der schief ging. Das war kein Einbruch, das war ein Auftragsmord. Irgendeiner da draußen, bringt Puppen um. Süßer. Bock auf vertrocknete Pflau? Ich bin eine Frau. Ist auch okay. Ja, das ist sogar noch besser. Mit uns kannst du richtig Spaß haben. Dieses Plüschgemetzel muss aufhören. Langsam geht uns die Watte aus. Du bist einer der besten Cops, die ich kenne. Geben Sie mir Ihre Marke. Ich bin das scheiß FBI. Ach ja, und wofür steht das? Fickender, blöder Idiot. Wenn die Scheiße verrückt wird, wäre ich scheißverrückt. Oh Gott, alles okay? Ich glaub, mein Jungferneutchen ist gerissen. Das ist reinstes Ecstasy. Nein, ich nehm sowas nicht. Mach schon. Das tut mir aber leid um deine tote Menschenfreundin. Geiles Zeug. Oho, fick mich. Mach ich vielleicht. Ist viel da? Er bedient grad ne Kunde. Ja. Ist es das, was ich denke? Ich komme. Ich komme und ich komme und ich komme und ich komme. Und ich komme. Schwindelanfall. Mama. Meine Gitte. Oh, 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 oh.